Servus Leute, man glaubt es kaum, aber das was ich vor einiger Zeit angekündigt habe, ist wahr geworden. Schaut mal her, wo ich bin. Ich bin wirklich ungelogen im Schwarzwald. Ich habe es wirklich endlich mal geschafft. Ich habe das glaube ich vor knapp eineinhalb, sogar schon fast zwei Jahre angekündigt, dass ich mal wirklich Bock habe hier hinzufahren. Ich bin jetzt aktuell am ersten Spot hier, geht quasi der Giertelfach über eine Gucke nach hinten. Und das ist genau, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist wirklich sehr, sehr genial. Ich hoffe ihr versteht mich, weil der Bach hier ist schon sehr, sehr laut. Aber es ist naturpur und ich zeige euch heute in diesem Vlog, wie ich hier vorgehe, was ich vor Bildern mache. Und ja, ich werde einfach Spaß haben und euch daran teilnehmen lassen. Ich gehe hier so eine Wanderroute, hier gibt es extra so eine Wanderroute, extra am Gärtelbach lang. Die ist circa ein Kilometer lang. Dann komme ich so an den Gärtelbach-Fällen an und dann geht es noch weiter. Ich werde mal schauen, was ich alles so fotografieren werde und werde euch auf jeden Fall teilhaben. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier am ersten Spot, den werde ich erst mal so fotografieren. Und ja, sind jetzt am ersten Spot, habe ich glaube ich eben schon gesagt. Aber schaut mal her, ich fotografiere aktuell bei ca. 2, 1,5 Sekunden in Hochkantformat mit Polfilter drauf, ISO 100, Blende 16, weil ich will erstmal nur mit einem Filter versuchen, ob der Polfilter reicht. Ich will noch keinen ND-Filter wirklich richtig nutzen. Mal schauen, vielleicht kommt der heute auch noch zum Einsatz. Aber es ist wirklich schon geil. Es ist noch nicht der Hauptspot, warum ich eigentlich hier bin. Aber ich muss sagen, es gefällt mir jetzt schon wirklich mega. Und ich bin echt noch gespannt, was mich erwartet. Und ja, schauen wir mal weiter. Das ist wirklich meine erste größere Fotoreise, die ich mache. Und Leute, schaut euch das an. Diese Wasserfälle sind der Hammer. Ich plöte euch jetzt hier einfach ein paar Seen ein. Dieser Gang hier runter. Ich weiß nicht, wie gut ihr das jetzt hier auf dem Weg sieht, dieser Weg nach oben. Da oben ist eine Brücke und das sieht einfach nur brutal genial aus. Wenn ich hier so davor stehe, schaut den Wasserfall entlang. Oben ist die schöne Holzbrücke. Also das ist echt geiler Hort hier zum Fotografieren. Jetzt weiß ich auch, warum der teilweise bei so rufigen Fotografen beliebt ist. Wenn man irgendwas mal mit Schwarzwald eingibt. Auf Fotocommunity, in Facebook oder sonst irgendwas. Dann kommt so oft dieser Ort hier, weil gerade für Leute, die sehr gerne einen Bach fotografieren, ist der Gertelbach. Ich weiß gar nicht, hatte ich schon erwähnt, das ist übrigens der Gertelbach. Ja, Gertelbach. Ja, da sind wir hier. Nee, aber für Leute, die wirklich sehr gerne Becher fotografieren, ist das wirklich ein sehr genialer Ort hier. Gerade überall hier, Leute, überall. Moos an den Bäumen, an den Steinen. Das sieht so unfassbar genial aus auf den Fotos. Und das Wasser ist klar. Es ist wirklich klar. Man könnte meinen, man könnte daraus wirklich trinken. Also es ist echt der Hammer. Und ja, ich fotografiere jetzt noch ein bisschen. Ihr seht jetzt noch Paisen und vielleicht eben schon später nochmal. Bis zum nächsten Mal. so leute ich bin oben angekommen schaut euch diesen fucking ausblick an das ist wirklich unglaublich wie weit man hier schauen kann da unten ich weiß nicht wie gut man das jetzt hier erkennen kann ich versuche das mal mehr oder weniger so ein bisschen einzufangen wo bin ich denn da unten wo die letzten häuser sind genau da genau da 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 bin ich gestartet und bin hier den ganzen weg nach oben und auf den aussichtspunkt halt wieder rauszummen und ja es war wirklich wirklich sehr sehr anstrengend muss ich sagen es hat aber auf jeden fall bock gemacht hier ist eine geile location um zu fotografieren nur die sache ist jetzt die ich bin jetzt 250 kilometer her gefahren bis ich unten bin ist es dann denke ich mal so kurz vor eins so und dann weiß ich nicht mit was ich mit dem rest des tages machen soll wenn ich wieder heimfahr bin ich um drei daheim und könnte theoretisch das video schneiden aber da mein pc aktuell noch nicht aufgebaut ist muss ich erst wieder komplett aufbauen macht es auch keinen sinn weil bis der aufgebaut ist dann habe ich schon wieder abend und dann habe ich keinen bock mehr das video zu schneiden ja ich muss einfach mal schauen wie ich das jetzt hier so hinkriege beziehungsweise was ich jetzt mache ich gucke jetzt im internet ob ich hier noch irgendwo einen geilen aussichtspunkt habe wo ich vielleicht auch mit dem auto hinfahren kann fahr da vielleicht noch schnell hin und ich würde sagen dann geht es auch wieder heim für mich ich glaube wenn noch irgendetwas interessantes passiert dann sehen wir uns dann auch wieder daheim einige zeit ist vergangen seitdem ich im schwarz alt war sogar zweieinhalb drei wochen sind jetzt vergangen ich bin gerade dabei hier das video zu schneiden und ich muss sagen im nachhinein war das wirklich eine sehr sehr coole erfahrung für mich meine erste große foto zu machen ich habe einige coole bilder gesehen habt ihr hoffentlich im video auch gesehen ich hoffe euch gefallen die bilder euch gefällt das video seid aber bitte mit der kredit etwa kritik etwas knedisch mit mir weil ich muss sagen das war wirklich mein allererster wie log und ja ich bin doch ein bisschen probieren wie ich was am besten mache aber übung macht den meister ich finde auf jeden fall so die zwischenszenen die ich da reingeschnitten habe mit der hinter linken musik fand ich auf jeden fall ziemlich cool ich weiß nicht wie ihr es fandet schreibt mal unten in die kommentare und ja leider konnte ich aber danach nichts mehr machen weil das zeitlich nicht mehr ganz so gepasst hat weil ich habe gesehen auf der rückfahrt war komplett stau von anfang bis ende bin ich wirklich im schrittverkehr gefahren und habe dadurch doppelte zeit gebraucht um heim zu kommen also 250 km braucht man oftmals so zwei zweieinhalb stunden und ich habe fast vier eine halbe stunden dann für 250 km gebraucht also leute die auto fahren ihr denkt mal ich denke mal ihr wisst was ich meine also stau ohne ende auf jeden fall wenn euch das video gefallen hat gibt einen daumen nach oben ich hoffe wir sehen uns im nächsten video ich versuche jetzt in zukunft auch wieder ein paar mehr videos zu machen weil mein nebenzimmer wo ich bald meine videos produzieren werde wird bald fertig sein das verspreche ich euch und dann fange ich wieder richtig mit youtube an beziehungsweise werde einige regelmäßige youtube videos dann wieder bringen ich hoffe euch hat es gefallen lasst ein ab und da daumen nach oben bis zum nächsten mal